so weiter geht's mit folge 2 von mit herzlich willkommen zurück wir machen heute weiter mit der nächsten story mission und die heißt rettungswurf gut mit dem guten decks haben wir mal wieder um die wette hat sich ja ich hoffe ich frage dass ich den dienst gar nicht mehr fährt das vermächtnis seines vaters ist einfach zu groß ich habe in der werkstatt die andenken an ihn gesehen ja den kerl hat jeder geliebt mr clean immer schnell immer fair keine abkürzung keine tricks er hat damals unsere rennen verfolgt und der kleine lucas wollte nur eins ein champion wie sein vater werden und roberto hat ihn dabei gepusht so sehr naja meine mutter hat immer gesagt mit honig fängt man fliegen ich denke wir fahren auf jeden fall mit dem gtr durch die gegend das fahrwerk für unser auto so ok wir sollen das denn gewinnen wahrscheinlich maridara natürlich das ziel das ziel wieder als vererster sein sollen dann geht es hier los ok gerne also ich muss schon sagen haben wir es auch in der facebook gruppe wie gesagt wo wahrscheinlich einige zuschauer und werten nochmal ein lieben gruß dazu auch sind einige coole designs dabei auf jeden fall definitiv und ich kann ja mal gucken ob ich wie weit wie gesagt wenn ihr eure aktuelle zeit und ihr sagt das unternehmen auf jeden fall dann zeige ich euch die auch ein bisschen mal während den folgen wenn wir das gerne mal machen auf jeden fall würde mich dann auf jeden fall auch mal freuen ein bisschen kompensation dabei ein bisschen kompensation mit euch zu haben so wieder drei runden die uns hier jetzt ins haus anstehen und die erste haben wir schon durch wir haben den vorschau auf decks immer noch fangen gut er hat ein bisschen was aufgeholt 100 meter doch der hat sich aber gut an ne das ist ein alter und ist so ein skyline das merke ich schon wobei ich jetzt gerade wieder ein bisschen luft kriege wobei ich mich jetzt gerade ein bisschen abgesetzt bekomme von euch ist es nur der eine ne wobei ich schade finde dass man nicht sagen kann okay weil gewinnt einfach da ist es ja die crew das rennen gewinnen ist das okay und ich habe auch bei der spiel mit der spiel 2015 gemerkt dass man dann einfach viel zu viele unterschiedliche story hat deswegen fahre ich wie gesagt auch die story momentan alleine deswegen spiele ich auch solo also wie gesagt sieht mir das bitte ein bisschen nach das ist am spiel das kann man immer noch machen wenn man ein bisschen wenn ich hier mit der story durch bin letzte runde ich fühle mich dann einfach auch ein bisschen sicherer ein bisschen alleine zu fahren klar bin ich bei manchen spielen sage ich okay kein problem wir können gerne mal zusammen zocken aber jetzt nicht bei die for speed das ist wie gesagt eine meiner absoluten Lieblingsspielreihe jetzt geht's um alles und ich habe ja fast alle ab underground auf meinem kanal oh da vorne ist wieder einer der immer gleich überrundet also müsst ihr mal ein bisschen in die playlist gucken naja auch die alten eigentlich seit underground 1,2,Mossworn,Ted,Cabo und da habe ich alle auf meinem kanal gemacht auch geht auch gta zum beispiel habe ich ja bei mir gta 3,gta 4 san andreas,weißcity gta 5 auch der neue teil gta 6 das irgendwann im nächsten jahr kommen soll wird auf jeden fall auch dann auf meinem kanal landen so da vorne ist das ziel und den kriege ich nicht mehr schade aber egal es wäre hier nur eine überrundung gewesen und wir haben es trotzdem okay ich bin beeindruckt gewinn das nächste rennen und ihr winkt ein cooles fahrwerkskit gab es das nicht hätte es das nicht und jetzt zu diesem rennen gehen müssen ja souverän gewonnen den reitungswurf abgeschlossen so was haben wir denn als nächstes hier voll 200 okay da müssen wir noch ein bisschen was zulegen haben wir noch irgendwo was was wir jetzt nehmen müssen oder gehen wir mal in die nacht scheinbar können wir nicht weitermachen ne gut dann gehen wir mal in die nacht haben wir denn noch hier irgendwelche rennen die wir ja noch machen können da bin ich da oben ist noch eins wunderbar ein sprint rennen das ist wieder in der nähe wie hier tankstelle noch in der nähe die wir mit regülen mitgenommen haben die 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 bekommt ihr der oben kriegst du jetzt auf den straßen genug aufmerksamkeit Ich arbeite dran. Hey, cool, cool. Ich sehe nämlich in letzter Zeit viel mehr Streifenwagen vor meiner Tür. Gerade eben wollte ein Kopf meine Akten sehen, um sicher zu gehen, dass ich die Ausweise prüfe. Sie suchen... Schau, eigentlich wollte ich jetzt gerade nur kurz... Oder mich gerade, dass wir jetzt sicher nie... Jetzt halte ich den immer mit. Jetzt habe ich den momentan drin. Racing Differential, okay, Sport. Dabei muss ich das mal reinbauen. Auf 15. Wir können momentan nicht viel machen. So, es hat er 194. Also ein bisschen hat er was jetzt gewonnen. So, dann gehen wir mal in die Nacht, damit wir überhaupt nicht mehr was weiterkommen. So, ich fahre jetzt natürlich nicht da hoch. So, dann gehe ich einfach auf eine Schnellreise hier. Damit wir direkt an dem Rennen dran sind, weil wir wollen ja ein bisschen weitermachen. Wir räumen zwar jetzt gerade ein bisschen ab. Da vorne ist noch ein Sprint rein. Es geht jetzt weiter mit der Story. Heute. Ja, plus sechs haben wir geholt. Und jetzt gibt es ein bisschen was dazu. Ein bisschen Rap zu fangen. Also ein bisschen zu farmen. Also Reputationspunkte, beziehungsweise Erfahrungspunkte. Sprintrennen, Nadel schweift. So heißt es. Wir sollen das Ding klar gewinnen. Aber das geht, glaube ich, immer dazu. Subaru. Ich glaube, das ist ein Toyota BHZ hier vorne. Ist das ein Toyota? Ist das ein Toyota? Könnte sein. Ja, gewisse Hose. Weg damit. Ich muss wieder ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Ich habe es in dem Stecker der Backe kleben. Ich habe es in dem Stecker der Backe kleben. Ich habe es in dem Stecker der Backe kleben. Ich habe es in dem Stecker der Backe kleben. Aber ich darf ja keine Fehler erlauben. Irgendwie so ein Quälsch oder so, das darf ich mir nicht erlauben. Und der steht da schon in Reichweite. Ich glaube, er fährt jetzt Gott sei Dank noch weg. Gut. Also ich fährt hier den Kopf jetzt gerade, der neben mir, da in der Seitenstraße stand. Aber jetzt kann ich wieder ein bisschen Luft holen und ab. Oh, die haben sich irgendwie gerade ein bisschen verfahren, oder? Nee, noch nicht. Aber ich komme jetzt weg, Gott sei Dank. Jetzt kann ich ein bisschen absetzen. Über 200 Meter mittlerweile der Vorsprung. Und ich mag es eigentlich gar nicht, weil man mir so an der Backe klebt die ganze Zeit. Ah, schön. Die verlieren richtig Boden. Nur 600 Meter, fast 600 Meter mittlerweile schon. Wenigens ist das Gummiband hier nicht so lästig, wie zum Beispiel ein Need for Speed Underground. Oh, da war es ja richtig lästig. Da hast du so Vorsprung, hast du so Vorsprung mit weniger Kurven verloren. So. 500 Meter noch. Yes. Gott sei Dank gewonnen. 3.500 Erfahrungspunkte. Ja, das ist genau richtig. Genau. Oh, super. Dann haben wir das auch so weit. Schau mal hier. Das ist nicht verfügbar. Leg mich doch. Okay. Wir haben 43.000. Wir haben uns kein Auto leisten können. Haben wir noch irgendwo ein Rennen jetzt gerade für die Nacht? Scheinbar nicht. Da unten ist irgendwie noch ein Tag rennen. Die Speedtrap können wir mal klar nicht holen. Jetzt kommt mir da ein Cop entgegen oder so. Ne, der steht hier vorne. Scheiße. Scheiße. das war natürlich nicht der plan an der sache dass ich jetzt gerade noch mal ärger von mir den kopf verkomme ich bin schon vorsichtig vorbeigefahren heute dreck da wird schön mit gegeben dass ich auf jeden Fall bin ich jetzt los und ich verschwinde mal ganz schnell hier weil das wird mir gerade ein bisschen zu weil da vorne kommen ja auch schon wieder welche ich glaube dass ich muss jetzt wieder kann ich nicht da rein gut dass der weg ist ich bin ich bin Okay. So, wo haben wir in die Garage? So. Die ist safe. schon passiert nichts passiert und level 10 ich habe da kriegen wir wieder neue teile was haben wir denn freigeschaltet einen dot challenger sat eine bwm 3 das war's ok naja kriegen wir noch nicht ich kann auch kein ding selber stufe 11 kann ich einen neuen ok aber mit da kann man nicht einbauen ne ok 15 bzw 19 19 23 27 ja danach kommt ja so die ganzen motor also am motor und erst naja schade ok dann haben wir noch nicht viel was wir machen können gut ok da kann man weiter an der story machen wir haben schon gut was drüber das heißt wir machen jetzt feierabend für heute dann sehen wir uns wieder in der nächsten folge morgen vor 10 Uhr wenn ihr Bock habt bis dahin oder wiedersehen bei let's play need for speed heat wind und Vielen Dank.